so und das letzte fach lass ich mal lieber erstmal frei denn man weiß ja nie habe ich jetzt alles aufgehoben ja ok könntest du einem buffer aushelfen was ist denn ein buffer überhaupt ich mache einen online kurs der wirklich kompliziert ist ich könnte etwas grünzeug vertragen um mich zu entspannen ok er will northern lights habe ich gerade nicht aber hey ich bin ja nicht ich bin ja nicht komplett verblödet ich habe ja hier zeug also das was ich hier angepflanzt habe ich ja angepflanzt aus einem bestimmten grund ok so dann machen wir jetzt hier zweimal afghani und zweimal hindu northern lights dann schneide ich hier noch hier noch so eine ab und pflanzt noch mal einen northern lights afghani so all right wie viel mehl habe ich denn gar keins mehr naja komm dann machst du mir jetzt dreimal mehl dann ist gang auch weg afghani brauche ich gleich deswegen mache ich butter jetzt erstmal nicht mache ich aber gleich vielleicht irgendwann mal sehen ich worried hier wenn Ja gut! jetzt habe ich wieder zu viel kram im lager also im schuppen um genau zu sein zu viel kram um sachen aufzuheben um was zu bauen da ich nichts bauen kann gehen auch keine sachen weg so wie weit sind wir jetzt hier aha schnipp nach diesem ganzen schlamassel brauche ich das öl glaube ich auch für mich selbst wie geht's betty komplett k.o das letzte mal als sie so viel geschlafen hat war auf der akademie und dieses mal wird sie nicht mit einem buch auf ihrem gesicht aufwachen großartig warum ist er verschwommen großartig wenn sie noch immer sauer auf ihre nachbarn ist wenn sie aufwacht lass es mich wissen ich bin mir sicher wir können uns auch eine liste mit verbesserungen für sie einfallen lassen verdammt onkel du blockierst den flur warum starrst du denn ins leere hältst du noch immer ausschauen nach dem ufo ich habe das gefühl etwas wichtiges vergessen zu haben und ich kann haus nicht verlassen fehlt da nicht in das zwischen ich kann haus ich kann haus nicht verlassen das letzte mal als ich dieses gefühl hatte stand ich an der kasse als mir einfiel dass ich vergessen hatte eine hose anzuziehen nun sofern du deine shorts nicht verkehrt herum anhast siehst du meiner meinung nach ziemlich angezogen aus los wir haben viel zu tun wir haben heute viel zu tun lass uns loslegen zwei deals mit herb und bernie ernte 80 haze blüten und lagere 10 cbd hanföl in der apotheke ein ach nö ach nö ach nö ja gut den die hier können wir schon machen der will nur noch die wollen nur noch den den komplizierten scheiß den der lange dauert kriegt der erst mal das dann ist eine sache schon mal weg wech weg so und als nächstes brauche ich ich lass die mal stehen weil die brauche ich gleich für den nächsten dings von dayden ich kann jetzt leider nicht gucken was die noch so wollen schade das war ich ich Ja, äh, 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 ich bin ein, äh, äh, Ich habe das Gefühl, etwas festgefahren zu sein. Mal wieder, wie immer. Ich versuche mal wieder, nur so geht es nicht, ich weiß, man konnte mal, man konnte mal nur ein paar Blüten abschneiden, das war entweder ein Bug oder ich habe nicht verstanden, wie man es richtig macht. Oder sie haben es wieder rausgenommen, ich habe keine Ahnung. So, Patsch, die drei Diamanten will ich haben. Den Rest hämmer ich da rein. Ach guck mal, es wurden Sachen verkauft, wie schön. Jut, jetzt habe ich wieder drei Plätze frei, okay. Dann kann ich gegebenenfalls noch mal zwei Sachen aus dem Schuppen verkaufen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Farbe momentan nicht brauche. Ja. Also ich habe gesehen, dieses Kabel hier brauche ich anscheinend auch nicht. Dann, wenn ich hier rein gucke, dann sehe ich bei den Lampen nur dieses Kabelgedönse. So. 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 So.